Guten Morgen! So, wie ihr seht, habe ich wieder einen kleinen Urlaubshund. Ja, du bist nicht klein gewesen. Das ist die Hexe und wir sind wieder dabei, hier den Wald zu erkunden. Es ist arschkalt, ja. Guckt, Sonne scheint zwar, aber hier im Wald kann man es nicht sehen, es hat geschneit. Deshalb heik halt Hexlein auch ihren Pullover an, haben wir extra Order gekriegt. Mal gucken, ob sie kommt. Wartet mal, die ist so süß. Komm schnell! Ja, hallo! Hallo! Ist schön hier, ne? Na los, weiter! So, jetzt kommt eine richtige Herausforderung. Agility. Hier werden ihnen ja nicht Steine, sondern Bäume in den Weg gelegt. Und dann müssen wir jetzt wieder rüber. Also beim Hund habe ich keine Bedenken. So, und? Na los! Mensch, blamier mich nicht! Los, rüber da! Alle, hopp! Guck hier! Fein! Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir noch so alles sehen. Zwei coole Typen haben wir heute auch schon kennengelernt, ne? Geile Hunde waren das, ne? Ja? Gut, dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Ich muss meine Hände wieder in die Tasche machen, sonst frieren die ab. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.